Moin, willkommen zum neuen Unboxing. Heute habe ich von Penetractor das Übersee-Festival-Tour-Event-T-Shirt. Das T-Shirt gab es jetzt glaube ich nur auf dem Übersee-Festival. Also dieses hier, die spezifische. Ist natürlich ausverkauft gewesen, bevor sie gespielt haben. Ich war heute auf dem Übersee-Festival und habe mir dieses T-Shirt hier gekauft. Als ich praktisch gerade gekommen bin. Das Übersee-Festival hier in Bremen, das war heute. Die nächsten drei, vier Videos haben auch mit dem Übersee-Festival zu tun. Also mit meinen Einkäufen von dort. Das ist praktisch eine Art kleiner Merch. Ich schaue nur in verschiedenen Videos. Die Penetractor-Playlist, die ich erstellen werde, ist in der Videobeschreibung. Wahrscheinlich noch in dieser Videobeschreibung, aber vielleicht gleich im nächsten Video. Da könnt ihr dann gucken. Genau, ich habe das, wie ihr seht, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das war ja noch, war ja noch, war ja noch ein Fakt. Es gab jetzt auch hier Sticker und den hier neben als Verschluss und hier mit der Größe. Genau, wir wollen den ganzen Kollegen hier einmal aufrollen. Wir waren auf jeden Fall sehr nett. Die Damen am Merch-Stand, wenn ihr das hier seht, Größe auf jeden Fall an der Stelle. Und wir lassen uns auf jeden Fall noch einen Zettel. Den gucken wir uns jetzt gleich sofort einmal an. Gucken wir uns jetzt einmal diesen Zettel hier an. Was sagt uns der Zettel? Ich hätte mit dem wieder falsch rum, das ist natürlich optimal. Genau, damit es länger hält, gibt es diese Hinweise. Waschen bei 30 Grad, T-Shirts müssen wir schon auf einer Seite umkehren. Nicht am Trockner trocknen. Kein Weichspüler, achso. Kein Weichspüler. Pinnflikter wünschen dir viel Spaß mit deinem Artikel. Okay, das ist ein Nied. Das ist cool, hatte ich so sicher auch noch nie in einem Shirt drin. Genau, haben wir, wie das schon gesagt, ein exklusives Festival-T-Shirt. So, Moment. Ich erweise mich gerade als unfehliger als ich eigentlich bin. Ich habe es nicht geschafft, dieses T-Shirt aufzufalten, vernünftig. So, hier sieht man es schon. Und hier ist die Vorderseite. Genau, das Ganze ist, wie wir als gerade eben schon dem entnehmen konnten, doppelseitig bedruckt. Vorne auf der Front sieht man... Pinnelt vielleicht, wenn es fokussieren würde. Hallo, danke. Danke. Pinnflikter, 95.8.2021, das ist heute. Oder war heute. Und hinten drauf... Übersee-Festival, 95.8.2021, Pinnflikter-Festival und das Dingens-Logo hier. Genau. Jedenfalls sehr cool. Das ist, glaube ich, auch alles selbst produziert. Also nicht das T-Shirt, aber das ist selbst... Das ist ja der Aufdruck hier. Genau. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles T-Shirt. Und, äh... Genau. Ist das ein L... Genau, ist das... Wie dünn ist das? Oh, es ist doch relativ dünn. Also es ist relativ leicht. Es ist ein Sommer-T-Shirt. Aber es ist ein schönes T-Shirt. Es ist ein sehr, sehr schönes T-Shirt. Genau. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Mit dem nächsten Artikel, den ich beim Übersee-Festival gekauft habe.